Wir haben 500 Leute, wir machen eine Ziege und dann geht es zur Verlosung. Achtung! Bevor es an die Verlosung geht, ich drücke euch allen von Herzen ganz, ganz fest die Daumen. Es geht jetzt auf jeden Fall darum, wir picken einen Winner in 3, 2, 1 und... Nein, ich glaube es nicht. Yes! Wir haben zum ersten Mal... Der Kallel hat gewonnen. Ja, herzlichen Glückwunsch! Ach, das ist schön. Nein, Kallel! Zum ersten Mal haben wir in der Geschichte von Schweikowat, haben wir jemanden gezogen, den wir auch angetennen. Also das heißt, jetzt können wir beweisen, das ist echt. Echt. Also es ist nicht aufgezeigt. Kallel, Glückwunsch! Schreib mich an bitte, du kriegst auf jeden Fall bei uns eine Airbrush. Glückwunsch dazu! Musik 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 Musik